Musik Das Radar hat was entdeckt Los, hol's dir, ich warte hier Natürlich müssen wir dafür aufstehen, ne? Das Radar sagt, dass hier ein Lager ist Aber es ist doch noch vor uns Also hier Ey, wo soll hier ein Lager sein? Ey Wahrscheinlich in dem Auto drin oder so Ja Äh Es muss der Lkw sein Alles da raussuchen? Ne, hier haben wir ja Ne, doch nicht Ich wähle dich Dich Brauche ich nicht Brauche ich nicht Brauche ich aber auch nicht Wow Naja, das hat ja So gut wie gar nicht gelohnt Was schießt du überhaupt? Achso Können wir uns überhaupt fahren? Brauchst du mal Muss noch fünf umbringen Für das Achievement Wie soll man denn hier eigentlich Mit einem Zwerg Langkommen? Soll das denn funktionieren? Weißt du, die überall Lager aufgebaut haben Das war brutal Umtragen Ganz einfach Also laufen Oder kann man was mitnehmen? So wahrscheinlich nicht Ne Hier ist was auf dem Radar Natürlich da drin Wir haben ein Signal Aber ich sehe hier nichts Was meinst du, Gordon? Ah, du hast es Aber das Signal Hätten wir das nie gefunden Hm Good stuff Good stuff Vermutlich wollen die Zombies Ihr Zeug Alter Ah Hilfe Der Boden Alter, da ist ja übelst Viel Zeug da unten noch Das war aber auf jeden Fall Ein richtiges Lager hier Fuck 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 So Explosionszeug Fackeln Schön, schön, schön Hier oben Gleich nicht drüber laufen Okay Gut Lass uns hier verschwinden Aber hier ist noch ein Lager Okay Oder ist es das Gleiche Das ist wahrscheinlich das gleiche Aber hier ist noch eins Okay Wieso hat das denn nicht aufgeleuchtet vorhin Ich passe hier auf, wenn du dich da drin umsehen willst Okay Kabel 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 So Wieder hochkommen Wozu gibt es denn Haufen Granaten Wozu gibt es denn Haufen Granaten Das Ding ja wahrscheinlich nicht Äh Okay lol okay ich hab ich hab ne idee oh shit ne ja war dumm so geil ja gordon errungenschaften nice oh yeah komm wahrscheinlich wieder auf dem gegner spoiler ich hab's eh nicht gelesen auf jeden fall bring rein ja warte mal jetzt ist das symbol ja weg hä das symbol ist aber noch da schon was verkackt irgendwas übersehen jetzt dürfte es aus sein Platz fahren ist nicht so easy ey man sieht überhaupt nix das ist schon geiles geräusch schon geil von der auto ist schon geiles geräusch hier ist was auf dem radar hier ist was auf dem radar hier ist was auf dem radar oh shit das war so ne jäger einfach überfahren da sind wir höher oder ist es hier ich ruhe mich hier aus das ist auch das ist das ist das ist das ist das ist Wo waren die Jäger? Die sind doch hier lang gelaufen. Toll schöne Gegend hier. Naja. Da darf man bestimmt nicht dagegen fahren. Jetzt die Frage. Kannst du das überhaupt bekommen? Ich hab's doch schon bekommen. Wird doch gar nicht auftauchen, wenn ich's nicht bekommen würde. Hier könnte man eigentlich überall reingehen, aber... Muss ich das? Hier kann man vielleicht doch nicht überall rein. Kann alles kaputt machen, aber rein geht's scheinbar doch nicht. Warte mal an, schaltet der Motor schnell, bevor das Exo-Fieche ist und seit um die 10 Jahren... Achso. Ja, ist halt ein geiler Motor. Der wollte ja repartiert. Oh. Oh. Eine Falle. Gut, los, rein. Wo rein? Komm rein! Du hast nicht gesagt, wir sollen rein. Wir sind doch zingelt. Krieg mal schon klein. Was denn? Oh, scheiße. Die Jäger. Die sind das Essen und die sind die Jäger. Ist er auch ein Jäger? Der ist bloß ein Mann. Das dauert und ist ein Jäger. Scheiße. Alex, wo bist du? Alex, wo bist du? Oh, es gibt ja einen Keller. Alex ist auf einmal weg. Da ist er. Alter. Kommen Sie her, von da links. Keine Ahnung, wo dieser Jäger ist. Da hinten. Die Kelle runtergegangen. Alter, fuck. Alter, fuck. Stoppt denn nicht. Die sprechen über uns. Sie wollen doch immer, dass Datenverkehr... Shit. Fuck, ich würde eigentlich die Waffe haben. Alter, aggressiv. Das ist ja noch einer. Schön, wie er sich nur auf mich konzentriert. Okay, da geht es nicht lang, irgendwo hier lang. So, was hatte ich mal in CSGO auf einem Privatserver, gewinne Wettrüstung ohne zu sterben, habe 2,4% aller Spieler. Äh, steil der Motor. Hä? Ohne zu sterben. Sollen wir jetzt für Fuß weiter gehen, oder was? Ist ja auch wohl ein Weg. Wahrscheinlich hier lang. Hat der jetzt nicht vor uns aufgesprengt, die Tür? Warum brauchen wir die Stromversorgung für dieses Kraftfeld? Achso, Stromversorgung. Ja, logisch. Da oben. Warte, der ist oben rein, der ist oben rein, okay. Progamer-Trick gegen Hunter. Wenn du mal einen Prop hast, wie ein Fass, lass den Hunter... Geht bestimmt auch damit. Da oben bin ich. Komm schon, jetzt geht's rein. Dann geht's weiter. Ich liebe es rein. Jetzt geht's rein. Geht, kommt hier jetzt bei dir. Ich hab nicht mal viel Leben, Alex. Kriegst du die mal tot? Toll. Was für eine Scheiße. Es ist übel, schnell explodiert, vor allem. Was soll denn das? Kam gerade das an, die Granate. Ich glaub nicht, dass er jetzt nochmal hier hängen bleibt. Scheiße. Alter, wie schnell explodiert denn diese scheiß Granaten? Verdammt. Wir haben natürlich wieder die Waffen. Kriegt immer, immer das Falsche. Lass Alex das machen, hat eh Gottmut. Aber dann schreit die wieder so. Haha. So, was war das denn jetzt schon wieder? So. Goden versucht. So, da oben geht es ja gar nicht durch. Glas? Da ist die Stromquelle für den Schild. Und sie haben es auch schön gesagt. Ach, habe ich doch... Okay, ich bin doch abgestürzt. Ich kann die Schilde deaktivieren, um dich näher an den Reaktor zu lassen. Okay, ich kann sie von hier öffnen. Aber ich werde nicht mit dir reingehen können. Los geht's. Wow. Ja, toll. Und tschüss. Und tschüss. Ah ja. Wir sind ja hingerannt. Alex, wo bist du? Oof! Das war's für heute. Ach, stimmt ja. Ich kann den nicht nehmen, sondern ich muss den wegschießen. Sicher, kommt bestimmt ein Haufen Gegner. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das Haus ist gleich eine Bombe drin. Oh, weiß. Ihr seid ja mies. Das ist schade, dass ich keine Hupe hab. Ob es da oben, wo wir gerade waren, ein Versteck gibt? Mal gucken. Weil wir sind ja da oben langgefahren gerade. Also von daher würde das ja keinen Sinn machen. Das rollt schon geil vor dem Auto. Ah ja. Fahr mal hier lang. Wegen Versteck und so. Wisst schon. Ich hätte doch ganz normal langfahren können. Nee. Das Auto ist so komisch rum. Ja, jetzt sind wir wieder auf dem Tunnelweg. Ach shit. Boah. Boah. Das hat jetzt so komisch explodiert. Ja, wollte ich nicht. Weiter geht's. Ich glaube, wir haben vorhin auch was gesprengt. Wir kommen gut voran. Das klingt nicht gut. Wir wollen da jetzt hinfahren auch noch. Kommt in dieses fette Geräusch her. Wir sind nahegemig, um den Rest notfalls zu Fuß zu gehen. Geht nichts blöde, Tür auf. Guck mal, wie schön, dass klar das Wasser hier ist. Wunderschön. Ach, der ist ja abgestürzt. Ach, der ist ja abgestürzt. Oh, er ist nicht abgestürzt. Äh, der ist ja abgestürzt. Äh, oh fuck. Hä? Doc! Doc! Doc, du schaffst es! Er ist ja abgestürzt. So ist es gut, Dog. Ja. Weg. Oh nein. Dog. Dog. Alles in Ordnung? Ja, wo ihr euch die Gegend geschleudert und alles? Dir geht's gut. Das hört doch schlimm aus. Funktioniert doch alles? Gut. Alles in Ordnung? Alles okay? Danke für die Hilfe. Wir haben auf euch gewartet. Folgt einfach dem Fluss dann die andere Seite auf. White Forest liegt direkt auf dem Weg. Seht ihr sofort? Alles klar. Nochmals danke. Okay. Auf geht's. Alle kriegen... Alle kriegen... Alle kriegen... Alex. Nur ich nicht. Selbst eine Maschine ist besser. Es ist traurig. Ich muss... All